Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Auch ich mache es kurz. Bürokratieabbau durch diese Abschaffung der Verzinsung, Daumen hoch. Im Übrigen auch Entlastung des Landeshaushalts, sogar strukturell auch dafür Daumen hoch, wenngleich das im Endeffekt, was den aktuellen Haushalt angeht, nur 660.000 Euro ausmacht. Nur, es ist auch eine ganze Menge Geld weg damit. Wir haben alle bisher im Ausschuss dafür gestimmt, und das werden wir hoffentlich dann auch hier im Saal im Hohen Hause tun. Wir, die Piratenfraktionen, werden diesem Gesetzentwurf ebenfalls zustimmen. Dankeschön.